Hallo bei Conny Canarias. Ja, immer noch des Nächten unterwegs. Hier sind wir am Chester. Direkt hier am Hotel Costa Meloneras und am Casino. Und wir werfen mal einen Blick hier runter. Schauen uns das mal an. Also hier darf auch getanzt werden. Hier ist auch immer gut was los. Aber ich nehme an, das wird jetzt auch erst langsam anfangen. Ich gehe mal eine kurze Runde. Als mein Gürtel ist, den 6.000. Zähmeln, der Da�� ... ... die Sicht Namens cord. Also dorto im Av grader Ich gran abrazu können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.